So, willkommen zurück, Leute, zu Obscuritas, dem Horror-Spiel, wo es ziemlich dunkel ist. Nein, das Licht geht nicht. Oh, scheiße, ich sehe wirklich gar nichts. Ich habe das Spiel ziemlich, ziemlich laut gemacht, damit ich mich irgendwie so gut wie möglich erstrecke. Ich sehe wirklich gar nichts. Oh, Gott. Da ist jemand, da ist ein Lichtschalter, aber es funktioniert auch nicht. Scheiße. Okay, fängt gut an, ein Telefon. Das ist gerade meine... Mein Licht geht nicht mehr so gut. Alter, ich sehe gar nichts. Da ist eine Statue. Oder wie? Ah, jetzt sehe ich was. Oh, hi! Kriegst du was? Okay. Hi. Komme ich hier nicht weiter? Was ist hier los? Ich komme hier nicht weiter. Okay. Okay. Woher muss ich gehen? Woher muss ich das hin tun? Ähm. Hier ist eine Tür. Die habe ich nicht gesehen. Hier sind ja noch mehr Diamanten. Alter, diese Uhr, ne? Da oben ist Opi. Alter, ihr bewegt euch, ne? Was soll ich denn damit machen? Hier macht jemand Geräusche. Hört auf, damit Geräusche zu machen. Das ist ein Schlüssel. Alter. Die Schritte hören sich auch so scheiße an. Okay, wir gehen hier durch. Ähm. Oh, scheiße. Gibt's hier Licht? Hier gibt's Licht. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Ähm. Alter. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Der Balsa ist das, glaube ich. Und hier sieht es nicht so schön aus, wie ich es mir eigentlich wünsche. Ähm. Ich seh grad wirklich fast gar nichts irgendwie wieder. Ein Gemälde. Hier gibt's ganz viele Diamanten. Hier ist ein Schrank. Hier ist auch noch jemand. Auch noch ein Diamant. Was sollen wir damit machen, ist die Frage. Oh, Hilfe. Eigentlich haben wir ja noch keinen Hinweis bekommen, oder? Wir müssen irgendwo einen Hinweis bekommen, was wir machen sollen. Ich höre wieder komische Sachen. Der ist selber, ne? Das darf ich nicht vergessen. Oh, ihre Hand. Nee, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich muss irgendwas mit den Diamanten machen. Aber den darf ich nicht aufnehmen. Wohin soll ich denn gehen? Gab's überhaupt noch eine andere Tür, oder? Gab's keine andere Tür? Oh, Alter, schreib mich nicht so, du dumme Sau. Ganz. Hat sich grad irgendwas bewegt? Hört auf mit den Geräuschen. Ein Schatten vom Diamanten, okay. Oh, ich seh einfach nichts. Das ist grad voll das Problem. Wohin muss ich denn damit gehen, Leute? Den Tisch muss ich nicht... Alter, diese... Oh. Nach Indien war erfolgreich. Ich konnte eine der letzten fehlenden Komponenten erstehen. Jetzt fehlen mir nur noch die letzten zwei Bausteine. Indien, letzten beiden Bausteine. Ja, aber die Frage ist ja... Was wir damit machen sollen. Ich geh mal kurz zurück und bring den Diamanten zurück. Aber ich weiß nicht, ich... Wow. Kann ein bisschen, wo ich damit hin soll. Hier geht das Licht ja gar nicht, ne? Das bringt mir auch nichts. Und da kam ich her, ne? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, ich geh da hinten wieder lang. Wow, ich hab mich so erschrocken, das Telefon hat geklingelt. Ähm... Und gibt ihr das wieder? Kann ich das nicht wiedergeben, aber woher muss ich... Mann, seit wann ist denn das Tierpenner? Ach, Alter. Ach, du Scheiße. Ähm, nichts? Sehe, nichts? Ach, nicht euer Ernst. Mistkröte ist wieder da. Haben wir hier überhaupt Licht? Ich seh jetzt nicht so viel. Kann ich dich alle bewegen? Wo soll ich das denn wissen? Ich verstehe noch nicht so genau, was ich gerade hier tun soll. Ich weiß auf jeden Fall, was... was zu tun ist. Wir sollen... Nein, der ist falsch. Wir sollen erstmal alle Kristalle hier abholen. Dann mach ich das mal. Was aber mal im Dunkeln war. Wir sollen wüsste... Das wird ein langes Rätsel. Das wird ein langes Rätsel. Oh, Hilfe. Und zwar soll ich jetzt alle Scheißkristalle hierher holen. Und dann... Äh, kacken. Warum sag ich so ein Wort, ey? Ich meine... Ich hab mich versprochen, natürlich. Ähm... Dann muss ich das Rätsel lösen mit dem Licht. Das Rätsel ist ja ganz geil. Oh, Hilfe. Aber... Das wird viel herumprobieren. Außer nicht schlimm. Lass uns mal gucken, wo das Licht jetzt hier hinstrahlt. Das ist sowas von falsch. Müssen wir anders irgendwo hin tun. Äh, geh mal da hin, bitte. Das wird so lange dauern, bis wir das haben. Ach du Scheiße. Hi. Und ich seh auch gerade wirklich gar nicht, wo ich langlaufe. Ich seh kein bisschen was. Aber wir wollen ja unser Licht nicht hierfür verschwenden, nicht wahr? Hi, OP. Alter, du wirst dich eh irgendwann bewegen. Gibt's auch einen dritten, wie bei... Ähm... Wie heißt das? Emily Wants to Play. So. Übrigens, ein geiles Spiel. Leider hab ich das schon ganz durchgeschaut. Das heißt, ich würde das nicht mehr spielen können. Weil ich das halt schon kenne. Das ist sehr traurig. Mann. Um ihn zu drehen! Oh, nicht euer Ernst, ey. Den hab ich nicht gelesen. Ach du Scheiße. Na klar. Natürlich können wir die alle... Saßt du da schon immer oder saßt du irgendwo anders? Du saßt da drüben, ne? Du saßt, darf ich da drüben? Ähm... Drehen. Habe ich's geschafft? Okay. Die Türe wird scheinbar durch diesen Mechanismus darüber blockiert. Ähm... Alles klar. Kann ich den irgendwie auch drehen? Das ist ja ganz interessant. Warum gibt's mehrere? Oh Mann, das ist doch zum Kotzen. Sieht irgendwie alle... Oh, da ist gar nichts drin. Okay. Ähm... Finde ich sehr interessant. Ich gucke mir hier gar nichts. Okay. Aha. Da lässt sich aber irgendwie auch nichts an, ne? Hallo, dreh dich. Dreh dich nicht mehr. Ähm... Ich bin hier immer noch leicht verwirrt. Äh, mal gucken, was ich hier machen soll. Batterien, ja. Ich brauche aber eigentlich ja keine Batterien, glaube ich. Gibt's hier irgendwie einen Hinweis, wie ich das machen soll? Ähm... Ähm... Ich glaube, ich bin jetzt schon leicht überfordert. Ich muss versuchen, das irgendwie... Äh, da ist der irgendwie nach oben, ne? Damit mir irgendwie nix bringen. Und der bringt mir nix. Ach, du Scheiße. Ähm... Ja. Ich gehöre erstmal die anderen irgendwie her. Wie auch immer. Den muss ich irgendwie auch noch drehen. Aber die Frage... Ja! Los, töte sie! Töte dieses Monster! Äh... Das ist ja ein Scheißrätsel. Das ist ein richtiges Scheißrätsel. Oh Gott, oh Gott. Halt die Fresse. Ich höre Schritte. Ich fühl mich gerade. Wisst ihr, wie ich mich fühle? Hör auf, dich zu bewegen! Hör auf, dich zu bewegen! Sie bewegt sich doch, oder? Okay, ich hab ne Idee, was ich machen könnte. Ich könnte jetzt... Den hier vielleicht nochmal ändern, weil ich hab kein Plan mehr, was ich... Ach ne, warte, ich will drehen. Ich kann doch sicher auch... Drehen. Der... Der... Der Blaue ist richtig... Warte mal. Wieso geht denn das jetzt nicht? Wieso... Wieso geht denn das jetzt nicht? Oh Leute! Wieso wird denn da jetzt nicht... Warte mal, wir müssen mal gucken. Wir werden uns bestimmt voll verarschen und machen das extra so, dass die nirgendswo weitergehen. Äh... Ne, geht auch nicht. Vielleicht muss der ja auch... Warte mal, vielleicht muss der ja auch gar nicht schon dahin. Vielleicht ist es aber nur Verarsche und wir sollen den hier schon nehmen. Das ist wahrscheinlich einfach nur Verarsche. Damit wir... Und denken, wir haben das gleich. Oder auch nicht. Ne, okay. Brauchen wir den doch, aber... Ich verstehe mal, Cheryl, nicht Sarah, sondern Cheryl halt. Das funktioniert aber alles irgendwie auch nicht. Weil der dann nicht weitergeleitet wird. Alter, ist das zum Kotzen, dieses Rätsel, oder was? Ne, treffen die ja auch gar nicht. Das ist... Diese Schretter regen mich auf. Es ist ja sehr toll, dass das denn so funktioniert. Aber halt auch nicht schön für uns. Weil das dann trotzdem nicht weitergeht. Dies ist ziemlich behindert. Und nicht nur ein bisschen. Ah, ne, das ist auch nicht richtig. Oh. 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 Muss ich den drehen, bitte. Warte mal. Ich hänge. Wow. Oh, der ist richtig. Ich brauche nur noch den gelben... Den blauen Strahl. Und der blaue Strahl wird hier... irgendwo hin... gedingsert. Ich brauche ihn aber bei einer anderen Stelle. Blau. Ich brauche mir da einen anderen. Diese Puppe, ne? Ich kriege da Aggressiv, wenn ich die sehe. So, die Puppe. Da haben wir keinen mehr. Da haben wir keinen mehr. Da haben wir doch einen. Okay. Was passiert, wenn ich den jetzt da rein tue? Dann hätten wir mehrere Chancen, den irgendwo hinzuleiten. Ich probiere es mal. Aber dieses Ritzel finde ich jetzt schon zum Kotzen. Oh, warte. Oh, 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 oh. Habe ich es etwa? Bitte, sagt mir, dass ich es habe. Bitte, sagt mir, dass ich es habe. Ja! Alter, diese Scheißrede. Es ist... Es sieht einfach mal wirklich wunderschön aus, wenn ich es so sagen darf, ja? Es sieht wunderschön aus. Und bevor ich jetzt weitergehe, nehme ich mir hier die... Die, ähm... Wo waren die? Patronen. Die Schrotpatronen. Für den letzten Endgegner hier. Ähm... Hier waren die. Hallo? Batterien? Danke. So, wir gehen mal weiter. Weitergehen. Wow. Alles klar. Wir sind hier jetzt in einem neuen Gebiet. Ist das ein Schatten? Das ist ein Schatten. Ey, Schatten. Ja, wir gehen mal jetzt hier lang, würde ich sagen. Das mit dem Ritzel war schon gerade knackig. War eigentlich auch ganz schön. Buff. 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 Ja, Licht ist auf jeden Fall vorhanden, ne? Die Uhren sind wieder mega laut. Ich hab mich nicht mehr erschrocken, du Penner. So, was gibt's denn hier so Feines? Ähm... Telefon. Schön. Vergess ich wieder einen Schlüssel oder so? Oder irgendwas anderes? Nee, hier ist nix drin, ne? Da war jetzt auch nix, ne? Nö. Nö, nö, nö. Hier ist bestimmt irgendwo was zum Einsammeln, ne? Brauche ich ehrlich gesagt noch nichts. Da ist was auffälliges. Ich komm nicht rein. Okay, schade. Gibt es sonst noch irgendwas, was auffällig ist? Oder so? Schränke. Ich geh raus. Hier sieht man noch die Lichter durch die Tür. Ah, Schatten. Schön. Ähm, okay. Ich hab das Spiel so laut, ne? Ist jetzt einfach nicht zu glauben. Oh, es geht weiter. Achso. Gut. Ich werde wahrscheinlich so mega viel schneiden, müssen wir dem Scheißrätsel, aber... Was ist das? Schwimmen? Ist alles wie ein Schwimmbang. Uh, schwimmen. Ähm, okay. Ich bin gespannt. Bin ein bisschen müde. Aber sonst geht's noch. Also bitte spielen. Bis zum nächsten Mal. Toll, abgestürzt. Und ich darf den ganzen Schüssel nochmal machen mit dem blöden Licht an. Ah. Und ich darf den ganzen Scherstellen umstill. Zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.